Kaufbeuren braucht ein neues Polizeigebäude. Davon sind wir fest überzeugt. Wir haben dem Stadtrat eine Resolution vorgelegt, die dieser gegen eine einzige Stimme auch verabschiedet hat. Kaufbeuren will dem Neubau eines Polizeigebäudes keine Sanierung. Warum? Zum einen sind die Räumlichkeiten sehr behängt und auch für die polizeilichen Notwendigkeiten nur bedingt brauchbar. Insbesondere ist die Ausfahrt aus dem Hof nicht mehr zeitgemäß und wirkt auch Sicherheitsrisiken für unsere Beamten. Der Zugang zur Polizeiinspektion ist nicht barrierefrei gestaltet. Ein Unding in der heutigen Zeit. Und schließlich und endlich kann das Gebäude auch nicht optimal energetisch ertüchtigt werden. Hier muss man immer Kompromisse schließen. Deswegen fordern wir ein neues Polizeigebäude, auch um der Polizeienkaufbeuren Zukunftsperspektiven zu eröffnen. Denn wir hoffen ja alle, dass unsere Polizei Zuwachs bekommt. Dass unsere Polizei zusätzliche Aufgaben erhält. Dass unsere Polizei mehr Beamte, mehr Personal bekommt, um ihre Aufgabe für die Sicherheit der Bevölkerung in Kaufbeuren und in der Region wahrnehmen zu können. Dafür lohnt es sich gemeinsam zu kämpfen. Was ist eine Perfektion.